Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 27. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1371, heute mit den folgenden Themen. Gerüchte, USB-C, Infuse, Fritzbox, iRobot, Axe und Google Part. Ich starte gleich mit ein paar Gerüchten. Ich tue sie ja nicht gerne, aber ein Produkt, was mir sehr gefällt, sind die Apple Airport Max. Die nutze ich seit diesem Frühling, ich weiss, einen Spätsünder, aber seither sehr intensiv. Vor allem im Zusammenhang mit Apple Music Classic, weil sie es ja vor kurzem, ich habe darüber berichtet, auch auf dem iPad zur Verfügung steht. Und die sollen jetzt, und da geht die Gerüchteküche wieder mal heiss her, oder irgendein Gerät muss ja immer herhalten, wenn das iPhone gerade gelauncht wurde und sonst ein paar neue Produkte rausgeflogen sind. Da muss man sich irgendwo anders bedienen. Aktuell bedient man sich den Airpods 2. Und da gibt es via MacRumors Berichte von Mark Gurman, oder wie man den immer auch wieder aussprechen mag, ein Bloomberg Reporter, der gesagt hat, dass die neuen Apple Airpods Max USB-C haben. Mein Gott, was für eine Neuigkeit. Wer hätte das gedacht? Ja, sie haben es. Das können wir ziemlich sicher als Gesetz sehen. Was auch gemunkelt wird, dass Apple Bluetooth 5.3 als Standard-Bluetooth-Schnittstelle installieren wird, oder mit integrieren wird, auch das, denke ich, ist auch nur eine Frage des logischen Denkens. Denn, ja, ich meine, was ist der aktuelle Standard? Vielleicht haben wir bis zum nächsten Frühling, wenn, ja, nach Gerüchten die neuen Kopfhörer kommen sollen, schon 5.4. Wer würde es wundern, wenn da nicht das als Standard mit drin ist. Aber 5.3 ist auf jeden Fall definitiv nicht verkehrt. Ich habe das eine oder andere Produkt, das in diese Richtung funkt. Es ist vor allem stromsparender und kann somit deutlich akkusparender unterwegs sein. Dann sollen auch, ach, wer hätte das gedacht, neue Farben dazukommen. Was mich ein bisschen stört an diesen Gerüchten ist, oder eben freut, dass das nicht drin ist, was sonst noch für Spezifikationen drin sind. Bei so einem intensiven Kopfhörer braucht es natürlich viel spannende Technologie. Und das wäre viel, viel interessanter gewesen zu wissen als ein bisschen Farb und, ja, die Bluetooth-Connection und der USB-C. Aber ihr seht, das ist einer der Gründe, weshalb ich sehr selten und ungern über diese Gerüchten-Themen spreche. Ja, USB-C. In der EU wurde das ja als Standard gesetzt. Jetzt hat die Schweiz, genau gesagt der Schweizer Bundesrat, nachgezogen. Die haben nämlich gesagt, dass ab 2004 wir hier in der Schweiz auch USB-C-Pflicht haben. Na dann, hoffen wir nur, die Schweiz zieht nicht auch bei anderen lustigen, komischen Gesetzen, die die EU gerade erlassen hat, nach. Aber wir sehen es. Seit ich nicht mehr mit Blacks unterwegs bin, bin ich meistens Zeit mit Infuse unterwegs. Infuse ist ein Player, den ich schon seit vielen Jahren nutze, jetzt aber wie gesagt intensiv, weil eben Blacks keine Lösung mehr für mich ist. Und für all diejenigen, die, wie ich schon ganz früh in dieses Infuse investiert habe, die haben das ein bisschen komisch beobachtet mit diesem neuen Abo. Auch Infuse geht auf die Aboschiene. Es ist nicht wild, wie ich finde, aber es ist halt wie immer. Es ist das, was obendrauf kommt. Aber für das, was ich so fleissig brauche, ja, es kostet 99 Cent im Monat. 10 Euro im Jahr oder 100 Euro auf Lebenszeit. Das ist das, was man bezahlen kann, um an die neuesten Updates zu bekommen. Man konnte und kann auch immer noch mit der alten Version, der Version 6, unterwegs sein. Doch jetzt will, rund um den Black Friday und andere Tage, die aktuell so sind, Infuse da ein bisschen auf die älteren Nutzer eingehen und ihnen das neue Abosystem schmackhaft machen. Wer jetzt ein Upgrade macht, der bekommt kostenlos drei Monate das Ganze, bekommt ein Jahr kostenlos beim Upgrade und finde ich definitiv nicht verkehrt. Ich habe den Weg leider vorher schon getan. Was heisst leider? Ich unterstütze die Entwickler da gerne, weil ich die App gut finde. Ich habe schon im Sommer die 10 Schweizer Franken in den Topf geschmissen und nutze es seither mit dem Abo. Jetzt scheint es durch zu sein, noch nicht ganz offiziell, aber interne Quellen bestätigen, dass iRobot anscheinend übernommen werden darf von Amazon. Im Jahre 2022, genauer gesagt im August des Jahres, hat man bekannt gegeben, man ist Amazon, dass sie iRobot kaufen möchten. Da hat dann ziemlich schnell die FCC in den Staaten und die EU-Kommission ihre Bedenken angemeldet. Und vor allem im Hinsicht des Datenschutzes, und das ist auch das, was mir ein grosser Dorn im Auge ist, bekommt jetzt dann Amazon meine ganzen Daten aus der Wohnung. Mein Bot, der muss sowieso repariert werden. Schade, mal schauen, ob sich und wie sich da noch was ergibt in Zukunft. Dann gibt es auch Neuigkeiten bei Axe. Ihr kennt es, dieses Social Network System, das ein bisschen am Bröckeln ist. Ja, die Schlagzeilen. Seit längerem, jetzt schon doch ein paar Monate, ist, wenn man einen Link postet, nur noch ein Bild zu sehen und unten links steht so knapp die URL drin. Also, bogeipsi.ch zum Beispiel oder daily.geektop.ch. Und wer nicht ganz genau hinschaut, weiss gar nicht, dass das ein Link ist. Deshalb haben viele immer wieder darauf hingewiesen, da unten draufklicken auf dieses Bild. Das ist ein bisschen unschön. Das hat jetzt auch Elon Musk eingesehen und er routert ein bisschen wieder zurück. Also, es sollte wieder ein bisschen wie früher werden. Nicht ganz so, aber ein bisschen. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie die das schlussendlich umsetzen werden und vor allem, wie sich das dann auch wieder auf die Klicks auswirken wird. Ja, Google Bart. Das ist ja die KI, die künstliche Intelligent von Google. Die antwortet jetzt auch auf Fragen von YouTube-Videos. Aber vorsichtig, bevor ihr es jetzt gleich austesten möchtet, funktioniert noch nicht in deutscher Sprache. In Amerika soll es zum Beispiel möglich sein, dass man sagen kann, fassen wir kurz dieses Video in wenigen Sätzen zusammen oder gezielte Frage, wie funktioniert der Installationsprozess bei Gadget XYZ und so weiter. Das soll möglich sein. Ich bin gespannt, wenn das dann zu uns kommen wird. und freue mich auch ein bisschen drauf, obwohl ich als Content Creator das auch ein bisschen speziell ansehe, weil ja, ich möchte, dass die YouTube-Konsumenten mein Video anschauen und da kommt ein bisschen das typische Google-Problem auf uns zu. Denn ja, das, was ich schon immer sage, ich blogge da wie wild drauf los, Google zieht sich die knappen wichtigsten Informationen raus, präsentiert es in der Suche und die Besuchenden kommen nicht mehr auf meinen Blog. Das kann auf Dauer nicht gut gehen und wird es auch im Videogeschäft nicht. Aber ja, Google weiss es ja eh besser. Wir werden sehen, was da noch so kommen wird. In dem Sinne, euch Dankeschön fürs Reinhören. Euch wünsche ich einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.